Auf den Spuren des Gesellschaftstanzes, gemeinsam mit meiner Crew in 31 Tagen um die Welt, um unterschiedlichste Länder zu bereisen und verschiedenste Tänze kennenzulernen. Apropos Tanz, habt ihr gewusst, dass das Wort Tanz von dem Sanskrit-Wort Tanha kommt und Lebensfreude bedeutet? Und genau das ist unsere Aufgabe, euch Tanz und Lebensfreude in den nächsten Tagen zu vermitteln. Gemeinsam mit uns wünschen wir euch viel Vergnügen an Bord der Chris Air. Bis zum nächsten Mal.